Das Beal Virus 10. Ein Kletterseil von der Firma Beal, nicht imprägniert und 10 mm dick. Wie gut funktioniert dieser Kletterallrounder in der Praxis? Das Beal Virus 10, da steckt die Dicke schon im Namen. 10 mm ist es dick und damit ein etwas dickeres Seil mit 37% Mantelanteil. Wofür braucht man denn ein 10 mm dickes Seil? Die Seildicke wirkt sich hauptsächlich und vor allem im positiven Sinne auf die Normsturzanzahl aus. Acht Normstürze sind beim Beal Virus 10 vorgesehen, dass es aushält und das ist schon relativ viel. Manche 8,9 mm Seile kommen da definitiv nicht mit. Ein dickes Seil bedeutet auch ein dicker Mantel und damit bedeutet das, dass das Seil wirklich abriebfest ist und auch für eine komplexe Routenführung definitiv geeignet ist. Wenn Routen sehr viel hin und her schieben und die Expressen manchmal nicht verlängert werden können zum Beispiel, dann ist das Beal Virus 10 hier eine gute Option, um zu verhindern, dass der Mantel zu schnell durchgescheuert ist. Das heißt, dieses Seil ist perfekt zum Ausbouldern von Routen. Das Beal Virus 10 ist dementsprechend ein Arbeitstier. Es ist perfekt geeignet zum Ausbouldern von Routen, zum Trainieren, zum oftmals Stürzen, zum viel Verwenden. Ein Arbeitstier eben. Ein Seil, das wirklich verbraucht werden möchte und nicht dafür da ist, 6, 7 Jahre lang verwendet zu werden, sondern eine intensive Saison erleben kann, vielleicht auch 2 oder 3 und dann wird es aussortiert. Imprägniert ist das Virus 10 nämlich nicht und deshalb ist es in seiner Langlebigkeit auch sehr beschränkt. Vor allen Dingen, wenn man es außen am Fels einsetzt. Geeignet ist es dementsprechend auch nicht wirklich für alpine Routen und auch nicht für mehrseillängen Routen, sondern eher für das Sportklettern. Es kann schon dreckig werden, das macht dem Seil prinzipiell nichts. Auch in der Halle, der klassische Staub und Dreck, den hält das Seil schon eine ganze Weile stand, aber die Eigenschaften eines imprägnierten Seils genießt es natürlich nicht. 10 mm, viele Profikletterer würden jetzt sagen, sowas nehme ich sicher nicht in die Hand und das kann ich nachvollziehen. 63 Gramm wiegt das Seil auf den Meter und das ist für ein Seil im Allgemeinen sehr viel, aber für ein 10 mm Seil sogar relativ wenig. Denn die Konkurrenz in den 10 mm Seilen kommt auf 69, teilweise sogar 70 Gramm pro Meter und das macht sich auf einer 17 Meter Route beispielsweise eventuell schon bemerkbar. Es hat wie fast alle Seile eine Mittelmarkierung, leider ist sie einerseits praktisch, andererseits unpraktisch, vor allen Dingen wenn es darum geht, dass man das Seil über die Mittelmarkierung ausgibt, das wäre ja zum Beispiel bei mehrseillängen Routen der Fall. Da ist die Mittelmarkierung störend, weil sie sich schlecht durch Sicherungsgeräte ausgeben lässt. Sie ist etwas steifer gemacht. Warum ist das praktisch? Zum Ablassen bzw. zum Abseilen direkt an der Mittelmarkierung ist das ganz praktisch, weil sich das Seil dann nicht so stark um den Karabiner umlegt, wie es bei anderen Seilen normalerweise der Fall ist. Mit 10 mm ist das Seil vor allen Dingen sehr anfängerfreundlich. Das Handling hat uns besonders gut gefallen beim Test, denn ausgeben und wieder einziehen, das ist komfortabel. Man hat viel Material in der Hand und es ist wirklich weich und es krangelt vor allen Dingen nicht. Ich weiß nicht wie Beal das macht, aber es ist meiner Meinung nach eines der wenigen Kletterseile am Markt, die auch nach unzähligen Verwendungen einfach nicht anfangen zu krangeln. Vor allen Dingen musste ich es dafür nicht mal irgendwie speziell aus der Verpackung abziehen, sondern ich habe es einfach ausgeschnitten, abgezogen, fertig. Es hat bis heute kein einziges Mal gekrangelt. Das könnte ich von der Konkurrenz wie zum Beispiel Mammutseilen definitiv nicht behaupten. Weitere coole Eigenschaften vom Virus 10 sind einerseits die Infrarotbehandlung, die das Seil sehr schön weich und geschmeidig machen lassen. Selbst nach vielen Verwendungen ist sogar das Seil Ende, an dem viel Chalk bei uns dran ist. Relativ geschmeidig und ziemlich cool in der Handhabung. Außerdem ist das Beal-Virus 10 umweltfreundlich produziert worden. Das bedeutet einerseits, dass es die extrem hohen Anforderungen des Blue Sign Zertifikats erfüllt und das eben erhalten hat. Und andererseits pflanzt Beal für jeden verkauften Strang einen Baum. Das finde ich auch ziemlich cool. Kommen wir noch zum Preis. Ich habe jetzt hier die 70 Meter Version. In der 60 Meter Version kostet das Seil aktuell 119 Euro UVP. Das ist extrem stark, wenn man sich überlegt, was man hier in den Händen hält. Ein Seil, das man fürs Hallen, aber auch fürs Sportklettern unglaublich oft verwenden kann, das viel aushält, das robust ist, ein richtiges Arbeitstier, das einfach nur gebraucht werden will. Für Gletschertouren ist es natürlich nicht gedacht. Da muss man schon deutlich tiefer in die Tasche greifen, denn es ist nicht imprägniert. Aber es tut, was es soll. Es ist das perfekte Sportkletterseil. Es ist etwas leichter als die Konkurrenz. Es ist etwas billiger als die Konkurrenz. Es ist sehr genial im Handling, dadurch, dass es sehr weich und geschmeidig ist. Und es krangelt nicht. Was will ich an einem Seil eigentlich mehr, wenn ich es fürs Hallenkletter verwende? Bei uns ist das Virus 10 das Non-Plus-Ultra-Seil, wenn es ums Ausbouldern und Projektieren von Routen geht. Für Redpoint, Flash und On-Site ist dieses Seil nicht unsere erste Wahl. Denn dafür ist es einfach zu schwer. Hier greifen wir lieber auf 8,9 mm oder 9,0 mm Seile zurück. Die sind doch manchmal ein Ticken leichter. Das macht sich vor allen Dingen in Routen bis zu 30 Metern definitiv bemerkbar. Wem würden wir dieses Seil nun also empfehlen? Vor allem Einsteigern, weil es so schön leicht im Handling ist und eben relativ günstig. Aber auch fortgeschrittenen Kletterern, die in ihren Trainingsessions 10, 15, 20 Mal stürzen und dieses Seil richtig verheizen wollen. Wem wir es nicht empfehlen, das sind ambitionierte On-Site-Kletterer. Die sollten eher zu dünneren und leichteren Seilen greifen. Aber alles in allem, ein wahnsinnig tolles Seil können wir nur empfehlen. Falls euch unsere Meinung zum Beal-Virus 10 gefällt, freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Falls es euch nicht gefällt, dann schreibt uns bitte in den Kommentaren, was euch an dem Beal-Virus 10 denn stört. Und ich lasse mich gerne auf eine Diskussion ein. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch wie immer eine schöne Zeit und Bergheil.